Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben ja leider in der letzten Folge unsere Firma verloren. Gleisige Bergbauerin. Wir werden sie in Gedenken halten. Da vorteil ist, wir haben jetzt ein Bett. Oh ne. Das können sie hier kriegen. Ups. Äh. Dann muss sie hier nicht in dem in der Ahnung rum pennen. Er hat es vermutlich nur, weil wir einen gestrandeten Typ hier retten wollten. Ja. In einem blöden Jack angegriffen worden sind. Noch geändert werden. Ja. Und es ist uns richtig viel Essen vergammelt. Noch jägerlich gewesen. Boah. Das Leben. Das Leben. Alle pennen, dann mal eben Gas geben. Und das geht mir auch auf den Sack, aber wechseln Kleidung. Mal schauen. Ah. Okay. Du musst noch ein bisschen ein paar Lebensmittel einschleppen. Und. Das Leben. Das Leben. Betty. Woah. Bis zum nächsten Mal. mal muss ich nicht putzen ist kacke nein mach, mach, mach kein Ja, kein Witz, nur fein, das, okay. so, die packen wir mal hin muss ich auch noch irgendwann noch Zeit stattfinden okay okay, wir müssen mal also, hier kühlen wir ja den Raum ich will ja hier dieses innere auch elektrisch kühlen das heißt für mich irgendein an gesang gepumpt ähm außen hin eine Lüftung jetzt hier startet die Lüftung die Lüftung die Lüftung die Lüftung war schon abgürt Ja, ähm, ja, ähm, ja, äh, Forschung. Ich widel sie. Ich erforsche jetzt auf alle Fälle, die sind blöden Batterien. Mir egal. Braucht das jetzt bald? Ich hoffe, dass die ganze Zeit der Strom hier ausfällt. Jetzt haben wir ja gerade voll den Überschuss. Ich kann hier gucken. Alles andere macht keinen Sinn. Gut. Mein Langen. Vielen Dank. 6 aber er wird schneller Paul die wir allen hier haben gut 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 alles abgerissen werden ist man echt hier packt und nur noch Batterien wir erforschen ja jetzt Batterien 3 das Melonien Opa Drive oh verrückter Rot weit weg ist aber halten hier 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ich lasse ich mal kurz hin. Ich lasse ich das mitlegen. Gut. Okay. 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 Müssen die verrottet? Also auch quasi hier rein Das war's für heute Vielen Dank. Ich habe die Logik da noch nicht so ganz. Ich habe die Logik. 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 Ich habe die Logik.